Ich bin wieder im Kröselinsee unterwegs und in diesem Jahr habe ich in der Schilfzone hier eine Unmenge an Fischen entdeckt, unter anderem das Moderlischen, die leicht zu erkennen sind durch den hellen Strahl an der Seite, natürlich der Hecht, Rotfedern, eine Unmenge an kleinen Bleien, Plötzen, das ist schon echt fantastisch gewesen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und auch speziell den Hecht, den muss ich einfach immer wieder filmen. Das ist ein wunderschöner Fisch. Dann kehren wir wieder zu den Fischen zurück. Okay. 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 es ist immer ein erlebnis in diesem see zu schnorcheln besonders die anzahl der jungfische das habe ich so noch nicht beobachtet und hat mich auch sehr gefreut das zu filmen zum schluss noch mal ein kleiner hecht